Also, ich verarzt mich jetzt hier und werde dementsprechend von einem... Ich bin bewusstlos. Ach, ist das schwul, ey! Oh, da bin ich wieder. Lauf! Hör auf mit den Ver... Ich bin bewusstlos. Und ich blute. Ach, komm, Neustadt hier. Kein Bock auf den Kram, echt? Da finde ich ne Scheiß statt. Bin am Verdursten und am Verhungern. Und dann kommen, ohne Witz, 10 Zombies. Nicht, Ari. Hier, ich mach aber auch mal Neustart. Vielleicht sind wir dann relativ nah aneinander. Ich kann nicht neu starten. Bitte tut mich mal töten, bitte. Bitte tut mich mal töten, bitte tun. So, da kommen zwei Händler für mich an. Da kommt jetzt der Dritte und der Vierte. Du, 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 du. Mein Lack ist painful. Mein Arm ist in extrem pain, extrem painful. I think my arm is broken. Ich bin unconscious. Das heißt, ich kann jetzt neu starten. Ja. Oh Gott. Spawning in 28 Sekunden. Das ist ja mal ein sehr, ähm... Erfolgreicher Aufnahme. Erfolgreicher. Ja. So, hier ist ein Neubau. Ein Rohbau. Da gab's ja im Prinzip eigentlich, dass öfter mal... ... was zu holen, ne? Oh! Ich hab ne Waffe gefunden. Du bist drei Sekunden im Spiel, ne? Ja. Oh. Wo bin ich denn hier? Ich hab noch ne Waffe gefunden, aber ich kann es nicht mitnehmen. Ein Helm. Ich hab das Gefühl, dass ich an der gleichen Stelle bin wie eben. Da ist ein Sch... Ne, das sind Garagen. Die Garagen sind auch neu. Aber ich guck erstmal, was es hier so gibt. Was ist das, mit Papier? Paper. Hier ist nix. Wär schön, wenn ich jetzt schon direkt irgendwas... ... rucksackmäßiges finde. Das ist das Handschuh. Das ist doch schon mal was. Ja, ich würde dir ja gern sowas wie ne Waffe mitbringen. Ich hätt hier nämlich schon wieder eine. Ich hab'n Apfel gefunden. Und dich ne Topika. Oh. Jede Menge Zeugs. Hier liegt so viel Zeug rum, dass ich dir gerne mitnehmen würde, aber ich kann nicht. Weil ich keinen Rucksack finde. Ich lauf' jetzt mit so'n Schweißding rum. Schweißband. Ne. Das ist Schweißmaske-Dingens. Achso. So. So. So Schweißen. Ich war jetzt bei Schwitzen. Das hab' ich gedacht. Oh, da war's doch gern. Was ist da unterm Tisch? Eine sichere... Eine Kartoffel. Eat. Ach. Kann ich die... Oh, Kartoffel. ...Pipe Ranch mitnehmen? Ne, die Pipe Ranch passt nicht rein. Oh. Ein Sack. Kann man das eigentlich into Tears, Red? Nein. Tears. Du Rackstieren. Das wolltest du sagen. Ja. Ein Screwdriver. Sledgehammer. Dech, dech. So, Taschenlamm-Branchenetz. Batterie unnet. Hör mal hier den Screwdriver mit. Noch ein Sledgehammer. Nein. Ray Cargo Pants. Sehr schön. Hier waren noch... Da. Eine Speedhörer. Ach, ach, hast du gewusst, dass du, wenn du einen Doppelklick machst, Sachen ins Inventar überträgst? Wie? Ja, nehmen wir mal an, du hast da... Eine Hose gefunden. Oder... Ja, du hast eine Hose gefunden. Du willst deine alte Hose gegen die neue Hose tauschen. Aber da ist ja noch alles in der alten Hose drin. Ja. Da musst du immer nur Doppelklick auf das Item machen, dann wird es ins Inventar übernommen. Ist das neu? Weiß ich nicht, aber ich hab's grad festgestellt. Wenn's neu ist, dann ist es schön. Wenn's nicht neu ist, bin ich ziemlich peinlich berührt grad. Ja. Was ist das? Oh, so ein Handding wieder. Zack. Den mal den auf die Eins. Und den auf die Zwei. Und ich weiß noch nicht, wo ich hier bin. Ich auch nicht, aber das sieht so aus, als wäre ich schon öfters mal hier gewesen. Das sieht so aus, als ob das wieder eine neue Stadt wäre. Warum kriegst du immer die neuen Sachen? Ich muss mich mit den alten begnügen, ne? Ich weiß es doch nicht. Das ist eigentlich unfair. So, was haben wir hier? Mützen. Jede Menge Mützen. Ein Rucksack. Jede Menge Schuhe. Ich glaube, ich bin in der Textilfabrik gelandet. Oh, noch ein Apfel. Jetzt ohne Scheiß, hier liegen nur Klamotten rum. Dann mach die mal into Dragon. Dragon. Ronald Dragon. Das sind aber alles so Sachen, die ich nicht zerteilen kann. Das hier kann ich zerteilen. Kent Sardinen. Also, ich hab jetzt, Essen hab ich jetzt schon mal. Einen Apfel. Das sind Schuhe. Ich find hier Helme. Und Mützen. Und Hosen. Ich hab hier grad zwei Büchers. Einen Sack. Oh. Oh, oh. Ah, der hat's grad geleckt. Ja, bei mir auch. Okay. Es sind jetzt auch wieder ein paar mehr Leute hier. Echt? Eine Mütze. Noch eine Mütze. Einen Helm. Einen Wollanzug. Wolljacke. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier hinten? Oh, ich hab ganz viel Essen. Das ist schön. Oh, ein Rucksack. Schön. Ein kleiner grüner Kinderrucksack. Ja, ich hab'n blauen Kind. Och, nein. Ich schätz mal, so'n Screwdriver macht mehr Schaden als'n Schlagring. Hm. Oder? Da wär' ich mir jetzt nicht so sicher. Red Candles Pants. Jeans. Jeans. T-Shirt. So, bitte mal schnell verbinden, Mädel. Ein Propan-Tank. Den nehm' ich mit. Dankeschön. So. Also. Also, ich kann jetzt nicht sagen, was besser war. Ich glaub', das war beides gleich ungefähr. Aber ich... Also, ich persönlich würde sagen, dass ein Schraubenzieher mehr Schaden macht als... ...das ein Schlagring. Da wär' ich fast die Treppe runtergefallen. So kennt man den Dominik. Ne Treppe. Hui. Weil ich sagen müsste, dass ich im richtigen Leben bin ich noch nie ne Treppe irgendwie runtergefallen. Ich schon. Aber nur einmal. Aber mir ist nix passiert dabei. Ich hab' einfach nur geheult. Wie man das so kennt, ne? Ja. Ja, ich bin hier eindeutig in der Textilfabrik gelandet. Toll. Ich will hier ganz viel essen. Ich nicht. Was ist das denn? Och. Och, was zu trinken. Och, ist ich auch immer. Ich will auch mal was zu trinken für nie. Vermutlich bin ich bis jetzt an allem vorbeigelaufen. Beschwer' mich jetzt zu Unrecht. Ich weiß es nicht. Aber ich hab' hier ne recht große Stadt gefunden. Also, ich vermute mal, dass ich irgendwo irgendwann mal was find. Ich hab' irgendwie das ge... Also, es sieht hier sehr nach Svetlojasg irgendwie aus. Aber irgendwie auch nicht. Ist das eine Banane da oben? Banane. Die machen wir mal direkt mit hier. Kann man immer gebrauchen. Ja, wie ein Seil. Banane und ein Seil. Kombiniert gibt Enterhaken. Ja. Nicht besonders gut, aber es gibt eigentlich... Einen matschigen Enterhaken. Ich werf den mal da rauf. Hm. Volltreffer. Noch was zu trinken. Noch ne Waffe. Ich nehm mal Waffen für dich mit, ne? Ja. Und noch ne... Ich nehm hier... Noch ne Waffe. Ich nehm hier... Hallo! Das ist heute nicht so ganz auf der Höhe hier irgendwie. Schlüssels. Wenn ich rausgefunden hab, wo ich bin, geb ich dir auch Bescheid. Ja, wenn ich rausgefunden hab, wo ich bin, dann sag ich dir auch Bescheid. Pizza presto. Ein Walkie-Talkie. Und Munition. Mitnehmen. Ich hab' nen Rucksack, da passt viel rein. Hier ist ein ganz großes Gebäude. Und ich möchte da rein, bitte. Ein ganz großes Gebäude, ne? Hab' ich auch welche. Ah, aber Zombie. Aber ich hab' mal meinen... Schlatsch. Ein Rucksack! Ein ganz großer Rucksack. Also was heißt ein ganz großer? Achso, warte mal. Wie ging das immer? Das ist schön, gell? Mit dem Doppelklick. Der macht das bei mir nicht. Wirklich nicht? Nein. Also es kann sein, dass der die Sachen zuerst woanders reinsteckt, ne? Also in Hosen und so'n Zeugs. Ja, ist aber schlecht. Egal, jetzt will ich das alles händisch darüber machen. Nicht auf dem Boden. Ich hab' ne Ladenstraße gefunden. Das ist ein Sack. Okay. Einen Sack will ich nicht... Lass'n den Sack fallen. Was haben wir denn hier alles? Was ist das denn da oben? Bei... Och. Ist das was zu... Ist das schon wieder ne scheiß Sprühdose? Ich kann doch die Farbe nicht trinken. Das geht schon. Das schmeckt komisch in meinem Mund. Ich hab' was zu essen gefunden. Krieg' ich die auch auf? Ja, du hast ja gesagt, hier mit Dings, ne? Ja. Zack, geöffnet. 57%. Ja, das zieht ziemlich da raus. Ja, klar, musst du dir mal vorstellen, der trümmert da mit der Hand. Ja, aber das kann man doch auch ein bisschen feiner machen. Nein. Hast du mal so'n Schlagring angehabt? Nein? Warum sollte ich so'n Schlagring anhaben? Ja, versuch damit mal sanft zu schlagen. Aber ich könnte doch auch einfach mit nem Stein... Und außerdem, wenn da was rausläuft, dann kann man das doch trotzdem noch essen. Das ist doch nicht schlecht, wenn das mal auf dem Boden gelegen hat. Vor allem, wenn man nix anderes zu essen hat. Oh Gott, hier ist ein... Ich geh' mal in die Feuerwehr. Hast du'n Glück. Oh, scheiße, ist an der Tür offen. Ich bin gleich vielleicht tot. Na dann. Ich bin hier irgendwo in nem Haus und finde nicht mehr raus. Doch, jetzt. Haus, Maus, Klaus. Du hast die Laus und Raus vergessen. Das ist ne große Stadtti. Was ist das denn da drüben? Ach, ein Kompass. Hä, will ich nicht. Wie langweilig. Ja. Wie uncool. Gasdorf, Messer, hab ich aber schon eins. Gehen wir mal nach oben. Wow. Nicht runterfallen. Ich hab's nicht so mit Treppenlaufen. Ja, ich auch nicht. Kennst du ja. Ja. Warum zum Henker liegen hier überall Knicklichter und Hosen? Das ist... Das ist ein Zombie? Ich glaub nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich... Ah, ich bin hier bei der Leiter runtergerutscht. Ach komm, ich geh mal nach ganz oben. Vielleicht liegt da ja noch was Tolles. Also oben aufs Dach. Ja.